Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deine Seele Wege ins Licht. Ja, was soll ich sagen? Erstmal danke an diejenigen, die mir Wertschätzung entgegengebracht haben. Zum Beispiel Betty, die hat mir hier diese Decke geschickt. Die Maria hat dem Paul zum Geburtstag nachträglich noch eine Karte geschickt und ein bisschen Taschengeld sozusagen. Vielen Dank dafür und ich gebe euch natürlich gerne auch eine kleine Botschaft raus. Und fürs Kollektiv habe ich reingekriegt, hier ist eine Person, die will euch auf die Schippe nehmen, will euch ärgern, reizen, herausfordern und zwar, weil sie es nicht vergnosen kann, dass du so gechillt bleibst. Man muss auch nicht immer gechillt bleiben, man darf sich auch zur Wehr setzen und wenn dir jemand blöd kommt, dann darfst du das auch tun. Also du bitte, deine Meinung zu äußern oder dir Dinge nicht gefallen zu lassen, das gehört mit zu deinem Weg. Das ist ganz wichtig, dass du dich behaupten kannst und dass du dir nicht alles überstülpen lässt, irgendwelche Meinungen oder dass du Unterstellung gemacht kriegst, wie du denkst, was du denkst, wie du bist, wer du bist, das kannst ja wohl du selbst wissen. Definitiv kriege ich hier jemand rein, der kann da nicht widerstehen, dich irgendwie zu reizen, zu strizen oder zu ärgern. Und wir schauen jetzt mal rein, was ist denn da eigentlich, was ist der Grund, warum, ja, was reizt denn diese Person so? Was ist denn das Problem dieser Person? Am Ende werde ich dann für die anderen zwei, also für die Betty und für die Maria, noch eine kleine Botschaft mit rausgeben. Was reizt diese Person so? Die Herrscherin. Du lässt dir hier nicht die Butter vom Brot nehmen und es reizt die Person, ja, dass du über dich und über dein Reich selbst bestimmst, über deine Umgebung, über dein Zuhause, über deine Familie, über dein Leben. Ja, du wirst wahrscheinlich jemand sein, die genau weiß, was sie will und wie sie etwas will und es lässt sie sich nicht nehmen. Und das, das ärgert die Person. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Ich sag euch gleich, was hier alles ist. Fühlt sich einsam die Person, fühlt sich zweisam einsam, fühlt sich ausgegrenzt, fühlt sich nicht mehr attraktiv in deine Richtung. Wir haben hier den König der Schwerter, da ist jemand stur, aus einer, ich sag mal, aus einer Verlustangst heraus, ja, fühlt sich nicht mehr von dir angenommen. Attraktivität, gleich in den Keller gestürzt, so fühlt sich die Person. Hat sich das Ganze anders vorgestellt. Hier ist Karma am Wirken. Jemand fordert ein auf seine eigene Art und Weise, aber du bleibst hier beständig. Wir haben hier nochmal als letzte Karte, wieder dich. Du bist hier die Königin der Münzen, du nimmst nur das an, was dir schmeckt. Du hast keine Lust auf, ich kriege hier so rein, abgefertigt zu werden, abgespeist zu werden, unter dem Niveau, unter deinem Wert, dich herzugeben. Und hier beißt sich gerade aktuell jemand die Zähne aus, an dir. Ja, also irgendwie habe ich hier so einen kleinen Krieg oder als würde dir jemand irgendwie zeigen dir oder sagen, dir zeig ich es. Aber der tut sich gerade selbst keinen Gefallen damit. Der schießt sich damit ins Abseits. Außer Spesen nichts gewesen, ja. Er hat es versucht, hat gedacht, er erobert dich so im Vorbeilauf, im Vorübergehen, mal eben schnell mit einkasseckelt. Aber du hast ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, er hat sich das anders vorgestellt. Und ja, das ist Karma. Er hat damit nicht gerechnet. Hier ist Gerechtigkeit, hier geht es darum, da kann er einen fordern, wie er will, du bleibst hier standhaft. Also so eine Energie kriege ich hier rein, ja. So richtig, so wollen wir mal sehen, ja. Wie weit du damit kommst. Bei mir jedenfalls nicht. Was haben wir denn am unteren Deck? Da haben wir das Ast der Münzen. Hier geht es um die Chance, wertzuschätzen. Und zwar dich wertzuschätzen, ja. Die war in aufrechter Lage. Das heißt, du hast hier die Chance, die Möglichkeit, jetzt wirklich einen wertvollen Weg zu gehen. Und zwar mit dem Ast der Münzen kannst du all das, was du gerne möchtest, erreichen. Und all das, was du nicht mehr brauchst, auf deinem Weg darf weg. Und hier hast du gerade die Chance, wirklich dich neu zu erfinden oder neu aufzustellen, zu zeigen, wer du bist, was du willst und was nicht. Und das gefällt dieser Person nicht. Die kriegt dich also nicht mehr in diese alten Gefilde rein, wo er dir die rosa-rote Brille aufsetzt mit ein paar schönen Sätzen, ein paar schöne Worte. Damit schießt er sich ins Abseits. Das ist die Energie, die ich hier reinkriege, was diese Person dazu verleitet, dich zu strizen. Ja, weil er sich ärgert über dich. Ja, Karma. Ich kriege hier Karma-Auflösung auf Herzensebene, auf deiner Seite, dass du hier sagst, nee, also das ist nicht meine Baustelle, nicht mein Kindergarten, nicht meine Affen. Ich habe da keine Lust drauf. Aber ich kriege dich auch nicht wirklich so rein, dass du dich mega aufregst, sondern ich kriege dich eigentlich eher standhaft rein. So ein bisschen den Eindruck von einer Mutter, wo das Kind irgendwie versucht, dich emotional zu erpressen, dich versucht zu beeindrucken oder zu ärgern oder zu kneifen oder was weiß ich. Und ich kriege dich so rein, eine kurze Ansage und genug. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da völlig aus der Bahn geworfen bist. Das kriege ich hier überhaupt nicht rein. Ja, also sehr standhaft. Klar ausgerichtet. Du weißt, wer du bist und was du willst, was dir zusteht. Da haben wir den Teufel. Hier ist eine Abhängigkeit. Hier benimmt sich auch jemand wirklich unterste Schublade. Du kriegst eine Abneigung, kriege ich hier rein. Du hast eine Abneigung, eine Aversion gegen dieses Verhalten. Das stößt dich ab. Du empfindest dieses Verhalten abstoßend. Entwicklst einen Widerwillen. Ich krieg so rein, es tönt mich voll ab. Es ist richtig abtörnend. Unlust. Du wendest dich ab. Ich krieg hier rein der Teufel und du bist hier die Sonne. Und ich krieg hier rein, und am unteren Deck haben wir auch noch die neun der Münzen. Du wertschätzt das, was du hast, was dir Energie gibt, was dir positive Energie gibt. Und du fühlst dich regelrecht abgestoßen von dieser Person, von dieser Energie. Jemand versucht dich so in so einen Teufelskreis reinzuziehen und du sagst, nee, also ich gehe in die andere Richtung. Ich wende mich davon ab. Ich muss euch das so hinhalten, wie es von mir aus gesehen wird. Du wendest dich ab. Du wendest dich der Sonne zu, der Positivität und den schönen Momenten oder der Energie, die dir gut tut, die dich wärmt. Du wendest dich ab von dem, was dich abstößt, wo du keine Lust drauf hast. Es kann sein, dass du auch einfach gehst, weil du weißt, du hast was Besseres verdient. Das kriege ich hier so rein. Ich habe was Besseres verdient, das muss ich mir nicht antun. Okay, jetzt frage ich mal die lichtvolle, geistige Welt. Was ist die Botschaft für dich? Du ziehst neue Fülle dadurch an. Also das Ast der Münzen zeigt sich nochmal. Du ziehst hier die Fülle an. Ruhe kriege ich hier rein. Endlich Ruhe. Du kannst wieder in den Spiegel gucken. Kriege ich auch rein. Ich kann wieder in den Spiegel gucken. Ich bin mit mir zufrieden. Ich bin im Einklang mit mir selbst. Ich bin gechillt. Ich kann mich zurücklehnen. Das ist nicht meine Baustelle. Ich bin auch offen, kriege ich hier rein. Ich bin durchaus offen. Also ich habe mich jetzt deshalb nicht verschlossen. Es hat nicht dazu geführt, dass ich hier sozusagen die Schublade zugemacht habe für eine Liebesverbindung. Ganz im Gegenteil. Aber du machst was anderes zu. Kann sein, dass du irgendetwas schließt. Jetzt nicht generell, sondern eine Situation wird für dich geschlossen. Du hast keine Lust darauf, dass sich etwas emotional runterzieht. Soweit willst du es gar nicht mehr kommen lassen. So süß, wirklich. Also pass auf. Bei dir kriege ich rein. Alle in aufrechter Lage. Du wirst eine kurze Pause machen. Du wirst dich erholen von dem, was du jetzt erfahren oder erlebt hast. Das heißt, dieses, ich sage mal, kurze Ereignis mit deinem Gegenüber, kriege ich hier rein, dass du sagst, boah, ich brauche Abstand, ich brauche Distanz. Ich habe für sowas keine Kraft, keine Nerven. Ist mir zu anstrengend. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Erholung. Du erholst dich sogar ziemlich schnell wieder, kommst wieder in deine Ursprungsenergie, einer liebevollen Energie. Wir haben hier die Königin der Kelche, die wieder voll und ganz ins Gefühl geht und nicht alles in einen Topf reinschmeißt, sondern genau auseinanderhalten kann, okay, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin, ist gar nicht meine Energie, war vorübergehend, gehört zu jemand anders, kann ich auch da lassen, kann wieder in meine Energie zurückkehren, fühle mich mit mir eigentlich ganz wohl und kriege das auch im Außen wieder gespiegelt. Also es beruhigt sich alles wieder, es geht wieder in den Frieden und du kommst wieder in die Liebe. Wir haben hier die Liebenden, ebenfalls in aufrechter Lage. Du wirst Menschen begegnen, Personen begegnen, wo du die Liebe wieder spürst. Ich frage mal, wer oder was ist das? Du kommst definitiv wieder in die Liebe, in dein Gefühl. Aster Münzen, schon wieder. Hier ist eine Riesenchance auf Wertschätzung, das ist so schön. Ich mache mal kurz auf Pause, ich möchte gerne noch ein Deck holen, wartet. So, da habe ich das Deck noch geholt, das lassen wir jetzt mal nebendran liegen. Du wirst auf jeden Fall wieder in die Liebe kommen und du kriegst hier eine Megachance, wirklich, nicht nur wieder ins Gefühl zu kommen, dich zu erholen, zu regenerieren und die Liebe überhaupt wieder, generell die Liebe zu spüren zwischen dir und einer Person, zwischen dir und deiner Familie, zwischen dir und deinen Kindern, zwischen dir und deinen Kollegen. Was auch immer es ist, ihr seid hier sehr, sehr in der Liebe. Also sehr liebevoll und fühlt euch auch geliebt. Ja, vom Universum kriege ich hier auch rein. Ihr fühlt euch geliebt und ihr fühlt euch gesegnet und gewertschätzt. Also mega tolle Energie, in die du da jetzt neuerdings reinkommst. Also es ist nur eine kurze Phase und dann geht es auch wieder raus. Es ärgert dich nicht mehr, du kannst es wirklich dort lassen, wo es ist. Die Person, die dich jetzt geärgert oder gestriezt hat oder es zumindest versucht hat, vielleicht hat die Person sich extra blöd gestellt, was auch immer, ich kriege es echt so rein, so versucht dich aus der Reserve zu locken, damit du dich schön aufregst, auf die Barrikaden gehst, um irgendwas kämpfst, aber das kann es ja nicht sein. Was passiert denn hier bei der Person? Wir haben hier tatsächlich drei Lager. Lager Nummer 1 wird hier nochmal mit den Karten zusammengesetzt. Lager Nummer 2 habe ich hier gerade in der Hand. Lager Nummer 3 ist hier auf das Ast der Münzen gefallen. Das lassen wir jetzt auch mal so liegen. Für Lager Nummer 1 habe ich mir noch nicht angeguckt. Brauche ich noch eine Zusatzkarte, da die Karte da drauf gefallen ist. Was möchte mir die erste Energie sagen? Du kannst dir jetzt mal überlegen, möchtest du 1, 2 oder 3 oder ist es für dich eine ganze Kette der Ereignisse in Bezug auf deine Person? Vielleicht hast du auch mehrere Personen, wo du das Gefühl hast, spinnen die jetzt alle? Was ist los? Wollen die mich alle ärgern? Machen die das absichtlich? Ist es extra so? Person 1, Person 2, Person 3? Kannst du jetzt alle belegen. Wenn du es noch nicht gemacht hast in deiner Vorstellung, mach kurz auf Pause und dann klick auf Weiter. Also nicht auf Weiter, nächstes Video, sondern einfach, dass es wieder laufen lässt. Nummer 1, erste Aussage. Was passiert mit der Person? Du lässt sie im Regen stehen und bleibst dir selber treu. Ihr müsst immer gucken, hier oben das. Also was passiert mit dieser Person? Die wird feststellen, es kommt auf sie zurück. So gewinnt sie nichts, gar nichts. Weder Anerkennung, noch Ansehen, noch Kompromisse, noch Gespräche, schon gar nicht wertvolle Gespräche. Was passiert hier? Du lässt diese Person im Regen stehen und sagst, ja, mach, mach, was du willst. Das ist mir zu blöd. Und du selber bleibst dir treu. Du wirst dich auch mit Menschen zusammensetzen, die mit dir in einer Schwingung sind, die mit dir in Resonanz gehen. Wahre Freunde, ehrliche Freunde, authentische Menschen. Das kriege ich hier rein. Du wendest dich ab, lässt die Person im Regen sitzen. Lässt sie genau so, wie sie ist, da stehen. Das macht dich müde, das erschöpft dich nur. Du hast gar keine Lust auf sowas. Das ist nicht deine Energie. Deswegen sagst du, nee, das ist nichts. Das habe ich keine Lust drauf, ja. Mach, was du willst. Und was passiert mit der Person? Die wird einfach feststellen, ja, damit habe ich jetzt gar nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil. Tschüssikowski, sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein, kriege ich hier rein. Das wäre die erste Musikbotschaft auch. Position Nummer zwei. Was passiert mit der Person? Tja, die Angebote, die sie dir unterbreitet hat, die sind nicht die, die du haben wolltest. Es kann sein, dass man dir Abwehrangebote gemacht hat. Was passiert jetzt mit der Person? Die kann da sitzen mit ihren Abwehrangeboten und kann sie sich selbst einverleiben. Das Beispiel, zum Beispiel, ihr wolltet zusammen frühstücken. Du hast gesagt, bitte geh Brötchen holen. Ich mache schon mal das Frühstück fertig. Hast die Eier gekocht und die Person kommt zurück mit zwei Gummibärchen. Und dann sagst du, nee, danke. Kannst du selber essen, ja. So was ungefähr. Und jetzt sitzt du da mit ihren zwei Gummibärchen. Und hat, ja, das ist das Ergebnis, ne, Frust. Unzufriedenheit, Frust. Man kriegt nicht, was man will. Man hat sein Ziel nicht erreicht. In die Richtung von der Person bist du jedenfalls nicht mehr die wohlwollende, vergebende, liebevolle, herzliche, mütterliche Person. Sondern du sagst da eher, ja, klar, wenn dir das gefällt, dann isst halt die Gummibärchen. Ich möchte nicht. Diese Person wird abgelehnt, ja. Die Unzufriedenheit, die sie verbreitet hat, die kriegt sie selbst wieder zurück. Und somit geht es dir auch wieder gut, weil du keine falsche Energie angenommen hast, keine Abwehrangebote. Die Person sitzt da mit ihren Abwehrangeboten. Das ist das Ergebnis vom Verhalten. Position Nummer drei. Also hier eins im Regen stehen gelassen. Vielleicht hat man das auch mit dir mal gemacht. Und jetzt fällt es auf die Person zurück. Das nennt man Karma. Karma gleicht immer aus. Hier ist ein Abwehrangebot. Die Person kann jetzt ihr Abwehrangebot selbst einverleiben. Position Nummer drei. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist sowohl auf die Liebenden als auch auf das Ast der Münzen gefallen. Wow, 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 wow. Krass. Oh, das ist jetzt hart. Wir haben hier. Oh, jetzt wird es langsam dunkel. Ich hoffe, ihr seht das. Judgment, das Gericht. Und zwar erst muss alles Alte weg, bevor etwas Neues geboren werden kann. Und wir haben aber hier die Schattenseite. Das heißt, hier bricht alles Mögliche weg, während bei dir in der Liebe die Chance deines Lebens sich hier zeigt. Was noch nicht ist, kann noch kommen. Das heißt, wir haben hier die Liebenden und wir haben das Ast der Münzen. Und hier ist die Chance deines Lebens auf wahre Liebe, Erfüllung in der Liebe und eine echte bodenständige Liebe. Ja, eine, die man auch leben kann, wo man sehr, sehr wertschätzt. Diese Person, die dich jetzt so schlecht behandelt hat, kriegt ihr Schicksal zurück. Das heißt, dein Verhalten fällt auf dich zurück. Du verlierst jetzt alles. Du hast deine Chance verpasst. Verpatzt, kann man auch sagen. Und das war leider dumm gelaufen, weil du hast dich ihr in der Begegnung sehr schäbig gezeigt. Also hier haben wir die zwei der Kerlsche von der Schattenseite. Ablehnung, Abneigung, jemanden vergrätzen, Sabotageprogramme, Unfairness, ja, jemanden ärgern, strizen oder irgendwo hinbestellen und dann selber nicht erscheinen. Das sind alles so Energien, die ich hier reinkriege. Und, ja, arbeite mal an dir. Wenn du etwas haben willst, musst du etwas geben, kriege ich hier rein. Du kriegst, was du gibst. Und wenn du etwas haben willst, musst du jetzt erst mal geben. Wozu bist du bereit zu geben? Ich soll euch hier tatsächlich die 56 vorlesen, die ich hier reinkriege. 56. Jetzt muss ich nochmal aufstehen, das Buch holen. Moment. Ihr Lieben, ich könnte mich gerade wegschmeißen, wirklich. Also die 56, da steht. Um zu empfangen, nimm dir Zeit zu ermessen, was du geben kannst. Energie funktioniert immer in Form von Austausch. Ja, ich halte es euch mal in die Kamera. Wartet mal, ich muss gerade mal mit meinem Finger da drauf, damit ihr das selber seht. Da steht es, ja. Krass. Na dann, viel Spaß, würde ich sagen. Dein Gegenüber hat sich so selbst richtig versaubeutelt mit seinem Verhalten. Im Grunde genommen musst du gar nichts machen. Und das Gute ist, du wirst dich sehr schnell davon erholen, sehr schnell klar durchschauen, was hier eigentlich passiert ist. Schön, dass du dir selbst treu bleibst. Die Person kriegt genau das, was sie ausgegeben hat, wieder zurück in derselben Form. Und ja, das ist die Energie, ohne dass du wirklich was tust. Das heißt, umgehend kriegt er seine Kasperklatsche vom Universum und darf jetzt nochmal drüber nachdenken, ob das, was er sich damit angetan hat, das, was er zurückkriegt, ob das das ist, was er wirklich haben wollte. Ob das sein Ziel ist, das er da erreichen wollte. Der hat sich da leider irgendwie verschätzt und hat gedacht, das kann man ewig so weitermachen, aber das Universum ist da anderer Meinung. Und jetzt darf er erstmal wieder für Ausgleich sorgen. Also alles, was er jetzt irgendwie wieder zurückkriegt, in negativer Form, muss er trotzdem jetzt dafür sorgen, dass er positive Dinge in Ausgleich bringt, dass er was zurückgibt. Damit er sein Konto, sein Karma-Konto wieder befüllt, damit das Universum sagt, okay, jetzt hast du mal ein paar gute Sachen gemacht, jetzt kriegst du auch mal wieder was Positives. So funktioniert Karma. Und du hast keinen Auftrag, ja. Kriege ich jedenfalls nicht so rein. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, heute die Karten hier zu nehmen, weil ich glaube, das passt auch nicht. Das machen wir vielleicht in der nächsten Legung. Aber eine Post, eine Engel-Post habe ich hier noch und dann noch für die anderen zwei eine Dankeschön, kurze Legung. Ich mache es mal auf. Schön, dass es das gibt. Da fällt schon der erste Glitzer raus. Wir haben hier ein Peace-Tee. Es wird langsam immer dunkler, aber ich sage euch ja, was ich sehe. Und auf der Karte haben wir Gott und die universelle Weisheit erbauen deine Gedanken und helfen dir, in dieser Situation Vertrauen zu behalten. Und da unten drunter haben wir noch den Anker. Der Anker steht für die Berufung, steht aber auch fürs Festhalten oder fürs Vertiefen. Das Universum wird niemanden hier loslassen, auch nicht fallen lassen, auch nicht ihn oder sie, je nachdem, auf wen du da gefragt hast. Aber man kriegt, jeder kriegt seins wieder zurück und man darf nochmal arbeiten. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Hier ist noch eine Musikbotschaft. Und die Musikbotschaft ist von, oh, Dankeschön, also von Beth Hart, Thankful. Ich halte euch das mal hier so hin. Das ist echte Dankbarkeit für das, was man hat, was man bekommt, was einen umgibt. Also das ist die Musikbotschaft an dich, für dich, an dich. Ich werde das alles in der Infobox posten, das erste Lied. Sie ist weg, sie ist, und ich bin wieder allein, allein ist die Botschaft. Und für dich ist, du bist wirklich dankbar für das, was du in deinem Leben jetzt hast. Auch für den Frieden, für die Ruhe, für die Liebe, für die Fürsorge, dass du dich wieder in deiner Energie spürst. Kann sein, dass du eine neue Liebe kennenlernst. Jemand, mit dem du sehr innig sein kannst. Wo du sehr gewertschätzt wirst, was auch immer es ist. Entweder die Liebe zum Job, wenn du sagst, es ist ein Kollege von mir. Die Liebe zur Familie, zu deiner kleinen Familie. Wenn du sagst, ich will aber keinen anderen Partner oder keinen Partner. Mir geht es hier um meine Familie. Vielleicht ist es ein Mutterthema, dass deine Mutter so war. Vielleicht ist es dein Vater, ein Bruder, eine Schwester. Auf wen auch immer du hier geschaut hast. Du wirst hier mit jemandem sehr innig sein, dich gewertschätzt fühlen und einen sehr hochwertigen Weg gehen. Und du sollst bitte positiv denken. Also Gott und die universelle Weisheit erbauen deine Gedanken und helfen dir, in dieser Situation Vertrauen zu behalten. Sei dankbar und du kriegst noch mehr. Sei dankbar für das, was du im positiven Sinn erhältst und du bekommst noch mehr. Und jetzt hätte ich gerne noch eine kurze Botschaft. Einmal für die Betty. Als kleines Dankeschön. Was darf ich der Betty ausrichten? Der gute Herr. Auf die Liebe ist gefallen. Das Wohnzimmer. Liebe zum Detail kriege ich bei dir rein. Du kriegst eine Unterstützung von entweder einem Chef, einem Vorgesetzten, einer männlichen Person, die dir wohlwollend entgegenkommt, dich irgendwie sehr liebt. Es kann auch sein, dass du einen Besuch kriegst von einer männlichen Person. Irgendjemand, der dich sehr mag. Ich weiß nicht, entweder ist es dein Vater oder es ist ein Freund, ein Kumpel, ein Vorgesetzter, der dir hilft, etwas umzusetzen, was du sehr liebst. Vielleicht kriegst du auch ein Geschenk für zu Hause, was du dir gerne mal einrichten wolltest. Ich kriege hier etwas, woran dein Herz hängt, was du gerne haben wolltest. Ein Geschenk für dein Wohnzimmer, für deine Einrichtung. Entweder ein Möbelstück, dass du irgendwas geschenkt bekommst. Das kriege ich hier so rein. Was dir sehr gefallen wird, ja? Danke, Betty. Und dann einmal für die Maria, bitte. Was ist die Aussage für die Maria? Eine kurze Botschaft für die Maria. Oh, es wird immer dunkler. Sorry, aber ich kann es nicht ändern gerade. Unverhofftes Geld. Maria, hast du nicht mit gerechnet? Unverhofftes Geld. Ich halte es mal so hin. Ob man es sieht, weiß ich nicht. Und schauen wir noch mal. Eine Zusammenkunft. Unverhofftes Geld kann mit der Zusammenkunft und eben auch auf die Liebenden, das ist mit Geld nicht aufzuwiegeln. Oder das ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Ich kriege hier rein, du wirst dich mit jemandem treffen, der unbezahlbar ist, den du unglaublich in dein Herz geschlossen hast, was dir sehr, sehr gut gefallen wird oder es sehr gut tun wird. Es kann auch einfach nur ein Spaziergang sein, ein Date, ein Treffen, ein Ausflug, eine gemeinsame Unternehmung, die für dich unbezahlbar sein wird. Etwas, was dir in deinem Herzen erhalten wird, wo du lang von profitieren wirst, zerren wirst. Etwas, was dich immer wieder aufmuntert. Also etwas ganz Schönes, eine tolle Begegnung mit einer Person, die du sehr in dein Herz schließt. Vielleicht ist es auch ein Zufallstreffen, eine Zufallsbegegnung, eine Zusammenkunft mit jemandem, wo du das Gefühl hast, wow, das hat viel in mir ausgelöst, hat viel mit mir gemacht. Das fühlt sich richtig gut an. Da möchte ich gerne Wiederholungen. Wiederholungen, also schöne Dates, schöne Treffen, schöne Geschenke. Und was haben wir hier am unteren Deck haben wir Arbeit und Beschäftigung. Hier kriege ich Beschäftigung, also hier kriege ich aber auch rein, dass sich andere mehr mit sich selbst auseinandersetzen, sich mehr mit sich selbst beschäftigen, mit dieser Energie, ja. Es beschäftigt einen immer mehr, Dinge, die einen auf Herzensebene berühren, Situationen, die einen im Gefühl abholen, wo man das Gefühl hat, das ist eine hochwertige Situation, eine hochwertige energetische Situation, die mich beflügelt, die mir gut tut, wo ich mich in meiner Energie fühle, wo ich mich gewertschätzt und geliebt fühle und das auch gerne zurückgebe, weil es echt ist, weil es authentisch ist, weil es ehrlich ist. Und was auf Herzen wirken soll, muss von Herzen kommen und nicht vom Kopf, sondern vom Herzen. Und das ist die Energie, die hier reinkommt. Man erholt sich von den Dingen, die aus dem Kopf, aus dem Ego passiert sind, kommt wieder zu sich selbst zurück, ist freundlich mit sich und zieht dadurch energetisch auch genau diese Menschen wieder ins Leben, die anständig miteinander umgehen, ja, sich wertschätzen, dankbar sind für die Begegnung, für das, was man durcheinander erhält, was man einfach bekommt. Das ist die Message hier. Ja, ich freue mich, wenn wir uns ein andermal wiederhören, auch wenn es hier jetzt putzedunkel ist. Ich wünsche euch alles Liebe und ja, gerne bis zum nächsten Video. Bitte vergesst nicht zu liken und danke für eure Abos. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und möchtet gerne die nächste Legung auch sehen, dann wäre es super, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch keine Legung mehr. Wenn ihr eine persönliche Beratung buchen wollt, schaut in die Infobox, da sind meine Termine drin und die Karten und die Musikbotschaften. Bis dahin alles Liebe, eure Martina. Ciao, ciao.